Hallo, heute gibt es hier Guacamole, eine tolle Beigabe, eine tolle Soße für alle möglichen Gerichte oder auch zum einfach so löffeln. Fangen wir direkt an. Wir brauchen zwei Avocados. Diese trennen wir in der Mitte auf, entfernen den Kern, löffeln sie aus und geben das fruchtfleisch, das fette Fruchtfleisch in eine Schüssel. Anschließend schneiden wir eine Zwiebel in kleine Würfel. Die Größe der Zwiebel ist relativ egal, das ist reine Geschmackssache. Es gibt kein internationales Gesetz, wie eine Guacamole auszusehen hat, nur die Grundzutaten sind immer gleich. Wir schneiden die Zwiebel also in kleine Würfel, halbieren noch eine Zitrone, geben dann die Zwiebeln in die Schüssel und pressen die Zitrone aus. Die Kerne sollten natürlich nicht mit in die Guacamole. Anschließend noch etwas Pfeffer hinzu und zwei bis drei Prisen Salz. Dann einfach nur noch verrühren, ordentlich durchrühren. Hier sind ein paar etwas größere Zwiebelstücke drin. Das ist nicht schlimm, das ist auch wieder reine Geschmackssache. Das war's schon, das ist die Guacamole. Ganz einfach und schnell zubereitet, schmeckt sehr frisch, sehr leicht, kann man zu allerlei Speisen, wie ich schon sagte, essen. Viel Spaß beim Nachmachen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.